Wir müssen hier raus. Ich fahre einfach durch. Ich muss fahren. Oh, ich muss fahren. Scheiße. Ja. Wir alle platt machen. Voll. Ähm. Scheiß, Zombies. Oh. 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 Du weg, du Radde. Nein. Alter Schwede. Kidman. Kapitel 13. Opfer. Kidman. Oh, Kidman ist weg. Warte. Ich muss mir alles einsammeln vorher. Und Gegner. Was liegt hier noch? Ein Regenschirm. Oh, ein Regenschirm. Den können wir gebrauchen. Glaube ich. Oder? Es regnet. Oh, Tagebuch. Tagebuch von Sebastian Castellanos. 1. September 2012. Myra ist weg. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr von ihr gehört. Ich habe es den anderen erzählt, aber die halten mich für verrückt. Ihr Auto, ihr Computer und einige ihrer Sachen sind fort. Keine Anzeichen von falschem Spiel. Alle glauben, dass sie mich verlassen hat. Sie reden über meine Trinkerei, als ob die etwas mit Myras verschwinden zu tun hätte. Sie verhalten sich auch nicht so, als wäre sie verschwunden. Sie behandeln mich, als wäre ich schuld, dass sie mich verlassen hat. Aber ich weiß, das hat sie nicht. Jemand hat sie mitgenommen. Sie war irgendwas auf der Spur. Aber was? Oh. Okay. 14.750. Ich gehe nicht. Weil wir können sich nicht so viele Waffen kaufen. Wir müssen nach unten. Ja, aber nicht hier. Hm. Jetzt müssen wir gucken, wie wir nach unten kommen, ne? Was ist das hier? Ein Bild. Ein gruseliges Bild. Okay, nein, nicht da hoch. Lass ja wieder runter. Hier geht es runter. Da sehe ich Gegner. Ach, da ist er. Ich glaube, ich habe doch mal eben hier. Oder? Können wir denn nicht mal eben? Können wir leider nicht. Der ist schon wieder weg. Kontrollpunkt. Ist das Säure? Hm. Was tut er da? Ah. Ah. Ach so. Okay, ich verstehe. Was eine fiese Falle. Hier ist noch ein bisschen die Hingritze. noch was. Und ein paar Teile. Und ein Brain. 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 Was gibt es hier? Noch mehr Brain. Brain. Ach so. Ach so. Das Zeug ist Brain. Ah, ich verstehe. Ah, ich verstehe. War noch was? Ein Teil. Okay. Nehmen wir noch ein Teil. Wo ist denn mein... Wo ist denn mein Partner hin? Oh, oh. Was ist das für ein Bild? Oh, oh. Sieht auch so gruselig aus, das Bild, ne? Komm ich hier rein? Nein. Was? Also ich glaube... ...in die Türen mit Stacheldraht komme ich schon mal nicht rein. Okay. Was kann denn so eine Verwüstung verursachen? Ist das eine U-Bahn, die da aus dem Boden guckt? Ja, aber schau, wie sie liegt. Wenn wir es bis dahin schaffen, könnten wir mit ihrer Hilfe rüberkommen. Alter. Konzentrieren wir uns darauf, hier rauszukommen. Wow. Da ist die Klinik. Das Einzige, was scheinbar noch nicht... ...noch nicht zerstört ist. Komischerweise. Okay. Ich weiß ganz genau, was jetzt passiert. Ich komme da nicht... Ich komme da nicht rüber. Nein. Okay, da kommen wir nicht hin. Da kommen wir auch nicht hin. Warte mal. Ah. Tschüss, Aufzug. Ah, das ist cool gemacht. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ja. So. Was haben wir hier unten noch Schönes? Boah. Alter. Oh, oh, oh. Ja. Nein. Toll. Ist das nicht ein bisschen eher sagen können? Mann, 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 doch. Scheiße. Erst Kidman, dann. Ich höre wieder. Ist da noch irgendwas am Fummeln? Vor allem, wo? Ich sehe leider nichts. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ist das noch Brain? Ein bisschen Brain, ein bisschen Brain. Ein bisschen Brain muss sein. Ist das eine Falle? Das ist natürlich gut, dass er immer die Fallen auslegt hier. Dann gibt es noch ein paar Teile für mich. Oh, ein Kontrollpunkt. Da ist Clean. Da ist er ins Feuer reingelaufen. Der kommt auch gleich bestimmt noch rausgestürmt. Pass mal auf. Oh. Okay. Pass auf. Er riecht nicht. Ich weiß nicht genau. Alter. Leck mich am Arsch, ey. Hab ich mich jetzt erschrocken. Komm schon. Du sollst die Flasche... Oh, ey. Was? Was war das denn? Alter, was war das denn? Alles klar. Soviel dazu. Oh, nee. Jetzt kommt wieder so... Nein. Nein, 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 nein. Na komm. Na komm. Na komm. Sei ein braves Mistviel. Lauf in die Falle rein. Sauber. Ganz viele kleine Teilchen. Okay. So, ähm... Das ist noch ein bisschen Gehirngrütze. Irgendwo war hier ein Gegner. Aber... Was war denn das für ein Vieh, was da aus dem Boden rauskam? Holzen Teile. Sehr schön. Nix. Oh, nie. Neh, mal mit. Sehr schön. Okay. So. Okay, pass auf. Okay, pass auf. Ach, das ist so ein Ruhwegverschnitt. Oder ist das Ruhweg? Dann drehe ich um. Drehe ich um, drehe ich um. Okay. So geht's auch. Ich glaube, hier drin, ne? Also. Oh, oh. Er rennt da rum. Kann ich den umholzen mit dem Schrot? Oder kommt dann wieder... ...schau. ...schau. Sehr schön. Und eine Granate. Und Streihölzer. Und Gehirn-Suppe. Und noch ein Gegner. Oh, oh. Das hört sich nach was Großem an. Boah, ey. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss jetzt hier. Gehirn-Suppe. Ein bisschen die Hinn-Suppe. Hm. Wo müssen wir hin? Und wo ist hier was? Granate. Oh, Leute. Ist das... Gehirn-Suppe. Boah, ist das spannend hier. Gerade. Gibt's doch gar nicht. Mann, warum ist das so spannend? Okay. Ich bin gerade ziemlich angespannt. Ich glaube, man sieht das auch, oder? Da ist noch eine Falle. Da ist das Säureteil wieder. Hm. Okay. Da hinten läuft einer. Da ist noch einer. Den wollen wir von einem Tief. Sehr schön. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe Angst. Hol die raus. Bitte. Bitte nicht. Nicht wieder da. Komm, komm. Nice. Snake ist wieder am Start. Boah, Leute. Ist das spannend, ey. Würde sie gerne abspeichern. Ich glaube, das geht nicht. Oh. Ich habe noch ein paar Teile. Hier ist eine Flasche. Okay. Hier sind noch mal Teile. Wow. Ich höre hier immer noch Gegner. Ich glaube, da rechts ist noch einer. Ich glaube, da rechts ist noch einer. Und wieder weg. Und wieder weg. Tschüss. Tschüss. Okay. Ich höre erst mal keinen mehr. Aber das heißt ja noch nichts, ne? Hallo. Hallo. Hier ist noch ein bisschen Gelngritze. Hier ist noch ein bisschen Gelngritze. Jetzt sollen wir mal gucken, ob wir noch irgendwas vergessen haben hier. Alter Schwede, ey. Geil. Also da will ich ehrlich gesagt gar nicht hingehen, weil da war gerade das Ding im Boden. Und ich weiß nicht, ob das immer noch da ist. Und da her. Ich habe lieber ab. So. Hier soll ich auch vor allem entschärfen. Schön. Können wir jetzt hier durchgehen. Uh. Hier irgendwo noch was. Ja. Eine Granate. Sehr schön. So. Okay. Ich glaube, hier ist... Relativ safe. Wo ist denn jetzt eigentlich Tresor-Gesicht hingelaufen? Entschuldigung. Oh, da ran. Okay. Ausgelöste Falle. Da ist noch eine aktive. Hier ist ein Kontrollpunkt. Okay.